Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Herzlich willkommen zu unserer Besprechung von... Ja, komischerweise ist er nicht ins Deutsche übersetzt worden, weil dann würde er heißen 3000 Jahre der Sehnsucht. 3000 Years of Longing von unserem guten Freund George Miller. Und es ist nicht nur unser guter Freund, es ist besonders Stus guter Freund. Hallo. Hallo, ja, Georgi und ich, wir haben schon Sachen erlebt. Unglaublich. Also ich will jetzt hier nicht ins Detail gehen, weil man natürlich auch so eine Vertrauensbasis aufgebaut hat, die würde ich jetzt hier nicht zerstören. Aber der Georgi ist ein guter. Ja, also der hat ja auch deinen, ich würde sagen, Lieblings-Action-Film der letzten Zeit gedreht. Richtig, stirbt langsam, fünf, toller, toller Film. Super Film, schweizend namens Babe, auch gut. Also das muss man mal wirklich sagen, George Miller wird natürlich aktuell und das auch zu Recht immer mit den Mad Max-Filmen in Verbindung gebracht. Also vor allem natürlich dem letzten, dem vierten. Aber der ist halt wirklich ein extrem wandlungsfähiger Regisseur. Der hat eben auch nicht nur mit Mad Max quasi das Action-Genre, ich möchte mal sagen, revolutioniert und auch auf eine neue Ebene gebracht. Er hat ja auch Sachen gedreht wie Lorenzo's Öl oder die Hexen von Eastwick oder auch Happy Feet. Da hat er ja einen Oscar für bekommen. Also der Mann ist wandlungsfähig und nach dem Erfolg von Fury Road bringt halt eben nicht Fury Rosa das Prequel, was er ja gerade dreht, sondern eben diesen 3000 Years of Longing. Ich habe das Plakat gerade nicht so richtig vor Augen, aber ich glaube, es steht dort auch nicht drauf, dass der Film von dem Macher von Fury Road ist. Weil ich könnte mir vorstellen, wenn Leute da deswegen in diesen Film gehen, gucken sie ein bisschen in den Euro. So, ich schaue jetzt mal, ich habe ja die lustige Wikipedia-Seite offen, muss zwei Klicks machen und leider steht es doch drauf. George Miller, Director of Mad Max Fury Road. Konnten sie es doch nicht lassen. Naja, aus einem, ich sag mal, würdlichen Grund oder aus einem Werbemaßnahmen ist es natürlich total clever und sinnig, das zu machen. Aber liebe Leute, wenn ihr jetzt wirklich glaubt, das ist jetzt einfach ein Action-Film, in dem Tilda Swinton und Idris Elba irgendwie durch die Wüste cruisen, nein. Wobei Wüste, glaube ich, kommt sicherlich irgendwie vor. Weil ich habe irgendwie mitbekommen, dass da der arabische Raum ein bisschen Screentime bekommt. Ja, durchaus. Es geht um eine Doktorin namens Althea Binney, gespielt von Tilda Swinton. Die erforscht halt Mythen und Legenden. Und bei einer Reise in Istanbul, da ist sie wegen einer Konferenz, deckt sie auf einem Bazar eine kleine, altere Glasflasche, nimmt diese mit in ihr Hotelzimmer. Und als sie sich sauber macht, kommt aus dieser Glasflasche ein Genie oder ein Gin, gespielt von Idris Elba heraus. Der erfüllt auch gleich das, was man von einem Gin erwartet, nämlich er fragt Binney nach drei Wünschen. Aber die weiß natürlich, dass diese drei Wünschsache meistens immer mit Verantwortung und Schicksal verbunden ist. Und deswegen will Job keine drei Wünsche. Und es entspinnt sich dann ein Dialog zwischen ihr und dem Gin. Und der Gin erzählt hier drei Geschichten aus seinem langen Leben. Das ist im Prinzip die Handlung von Three Thousand Years of Longing. Ich würde ihn wirklich beschreiben als eine Mischung aus Kammerspiel, weil diese Unterhaltung findet hauptsächlich in einem Hotelzimmer statt. Und einen Episodenfilm, insgesamt sind drei Episoden, die der Gin halt eben erzählt. Das sah schon sehr nach diesem Tarsem Singh The Fall irgendwie aus, keine Ahnung. Ich glaube, der ist ja auch irgendwie so in Episoden gepackt. Ich habe ihn ja nicht gesehen, das muss man jetzt mit dazu sagen. Den durftest ja nur du sehen. Genau, weil ich den George gut kenne. Eben, genau, in deiner Funktion als George-Freund. Aber du hast ihn nicht in Cannes gesehen, oder? Nein, ich habe ihn nicht in Cannes gesehen. Cannes ist mir zu heiß. Das ist nicht mein Metier. Ich gucke ihn ja lieber im verregneten Köln, das macht mir mehr Spaß. Ja, ich habe gehört, der kam gut an. Was denkst du denn davon? George Miller ist einfach ein unglaublich feiger Regisseur. Das merkt man auch hier wieder. Da gibt es wirklich so Szenenübergänge, einfach grandios. Wenn zum Beispiel ein Flugzeug landet und er dann schneidet zwischen den Reifen des Flugzeugs zu dem Reifen von so einem Kart-Trolley auf dem Flughafen und solche Kleinigkeiten. Das kann der Mann einfach. Der hat ja auch wieder für diesen Film den Kameramann John Seale zurückgeholt, der schon bei Free Road dabei war. John Seale war eigentlich auch längst in Rente, hat einen Oscar bekommen für die englische Patient und, 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 und. Also technisch, handwerklich ist 3000 Years of Longing mit einer der besten Filme, die ich dieses Jahr im Kino gesehen habe. Und auch wenn da natürlich viel Kammerspiel drin ist, lohnt sich der Gang ins Kino, weil der im Kino wirklich, der hat einfach tolle Bilder. Also ich bin zwar kein Fan davon zu sagen, du kannst diesen Film anhalten und es dir als Tapete an die Wand hängen, ist aber bei dem Film einfach so. Er sieht wirklich unglaublich gut aus. Ich finde es gewiss, wie deine Wohnung aussieht. Ja, mein Lieblingsfilm ist übrigens Weiße Noppenfasertapete. Er ist ein Highlight tatsächlich. Gibt es bei Mubi. Also ich finde ja, ich finde ja sehr gut gewählt irgendwie so dieses Team um Tilda Swinton und Idris Elba. Ich weiß nicht, ich konnte mir gut vorstellen, dass die beiden miteinander sehr schön funktionieren, eine gute Chemie haben. Ist das eigentlich ihr erster Film, den die miteinander machen? Äh, ich meine ja. Das Problem ist halt, dass gerade Tilda Swinton ja wirklich in jedem dritten Film aktuell mitspielt. Deswegen will ich es jetzt nicht unterschreiben. Aber ich glaube, es ist ihre erste Zusammenarbeit. Aber es ist mehr Idris Elba oder mehr Tilda Swinton, so von der Screentime her. Oder es ist eigentlich gar keiner, weil es ist ja ein Episodenfilm und er erzählt, glaube ich, auch ständig, wie er dann wieder in die Flasche zurückgesperrt wird. Genau, genau. Tatsächlich würde ich sagen, Idris Elba hat einfach dadurch, dass er halt in diesen Episoden auch immer auftaucht, mehr Screentime. Und diese Tilda Swinton halt ist, wie gesagt, nur im Hotelzimmer. Trotz allem kann ich nicht behaupten, dass der Film den Eindruck erweckt, dass sie nichts zu tun hat. Also es ist ja auch nicht so, dass George Miller hier einfach nur irgendwelche drei romantische oder drei abenteuerliche Geschichten aus dem Orient erzählt, sondern da steckt jetzt schon was hinter. Es geht ja auch um die Frage, brauchen wir eine intakte, funktionelle Beziehung, Liebesbeziehung, um glücklich zu sein? Und dieser Frage geht er nach und die Antwort ist am Ende ein bisschen arg schämhaft. Also da will er sich nicht so richtig positionieren, aber er ist auch, das fand ich ein bisschen schade, weil ich finde einfach, es gibt so viele Filme, die dir einfach klar sagen, wenn du Single bist, dann bist du unglücklich. Punkt. Three Thousand Years of Longing macht das, ja, so ein bisschen, aber auch nicht ganz. Und da hätte es mir, glaube ich, besser gefallen, wenn er zum Schluss einfach mal gesagt hat, wisst ihr was, wenn ihr alleine sein wollt, dann seid ihr alleine. Das ist doch scheißegal. Das wäre somit einer der größeren Kritikpunkte. Ansonsten ist das so ein Film, wo ich erst so nach und nach erfasst habe, worum es da eigentlich geht, weil der halt einfach so schön ist und einen auch so reinzieht in diese Episoden. Und George Miller gelingt es wirklich sehr gut, diese Episoden narrativ zu erzählen. Also du hast auch wirklich das Gefühl, dass dir gerade jemand ein Märchen vorliest. Das fand ich sehr schön. Wohlgemerkt ein erwachsenes Märchen, das sollte man vielleicht sagen. Ich glaube, der hat eine FSK-16-Freigabe bekommen und das auch durchaus zu Recht. Also der ist jetzt nicht für Kinder geeignet. Also aber mehr Gewalt oder mehr Sex? Ich habe in diesem Film so viele dicke, nackte Frauen gesehen wie in meinem Lebtag noch nicht. Also muss man ganz sagen, ja. Ist doch gut. Vor allem, ich meine, das Poster sieht auch sehr bunt aus und so. Bewertest du jetzt Filme nach dem Poster? Ich bewerte Filme eigentlich immer nach dem Poster, ja. Das ist so mein großes Steckenpferd. Ich habe das Poster gerade tatsächlich erst gestern zum ersten Mal gesehen. So richtig, so mit einem Auge, ja. Also ich finde, der Film ist, wie gesagt, er sieht unglaublich gut aus. Ich finde ihn teilweise auch sehr clever. Er ist ein bisschen zu unsicher, was seine Aussage betrifft. Und ich bescheinige ihm auch jetzt schon mal, dass er keinen Hit werden wird, weil dafür ist er einfach zu speziell. Aber Leute, die auf Märchen stehen, die auf visuell ansprechendes Kino stehen, die sollten sich den, wie gesagt, wirklich ansehen. Und ich wiederhole nochmal, vor allem bitte im Kino, weil der halt eben visuell sehr, sehr stark ist. Ist visuell, würde ich sagen, nicht ganz so stark vielleicht wie Nope. Der ist einfach von der Zusammenarbeit der Kamera noch ein bisschen mehr, noch mehr Wum, Bums steckt dahinter. Aber wenn ich eine Auflistung machen müsste, der schönsten Filme des Jahres würde 3000 Years of Longy garantiert, sei er relativ weit oben positioniert werden. Ja, er ist sehr bunt, oder? Er ist wahrscheinlich bunter als Nope. Das auf jeden Fall. Dafür hat er weniger Affen. Das ist eigentlich schade, denn ich finde, dass Affen jeden Film aufwerten. Außer bei Tim Burt's Planeta-Affen, da geht es eigentlich nicht um. Ich weiß nicht, ob da die Affen tatsächlich die größte Schuld dran tragen. Wer weiß. Immer den Affen die Schuld geben, du weißt doch. Ja, jetzt stellt sich die Frage, gibt es eigentlich noch irgendwas zu erzählen, außer dem, was du jetzt schon groß und breit herausgetreten hast. Meine Frage ist, ich mag ja Neil Gaiman sehr gern. Der kommt jetzt, glaube ich, jedes halbe Jahr mit einer neuen Geschichte, wird von ihm verfilmt. Das ist aber jetzt nichts von ihm, oder? Nee, das ist wohl, also George Miller hat das Drehbuch geschrieben und ich bin mir gerade unsicher. Hier stehen zwei Namen. Ich glaube, die Vorlage, die Literarische, kommt von einer Augusta Gore. Da habe ich aber auch noch nie was von gehört. Ich schau doch einfach mal, warte mal kurz. Ich habe Wikipedia doch offen. A.S. Bytes hat wohl die Vorlage geschrieben und das ist wohl so eine Sammlung von Kurzgeschichten. Ja gut, das würde ja dann wieder passen. Ja, ich habe davon aber echt keine Ahnung, aber ich habe ja quasi schon hier zu Genüge gesagt, was an dem Film wirklich sehr gut funktioniert. Man könnte ihn natürlich noch weiter zerlegen. Ja, aber dann, ich meine, das ist dann, dann werden es zu kleine Stücke, glaube ich. Definitiv. Abschlussfrage ist, die 3000 Jahre beziehen sich wahrscheinlich dann irgendwie auf die Zeit, in der er eingesperrt war. Nee, die Zeit muss die Tellers warten, bis der Simmerservice endlich kommt. Ah gut, okay. Ja, dann sind jetzt alle Mysterien geklärt. Gerne geschehen. Ich bin mal gespannt, wann wir uns mal wieder hören oder ob es bei mir wieder mal 3000 Jahre dauert, bis ich mal wieder irgendwie eine Besprechung hier für den Telestammtisch mache. Ja, schön war es. Ja, war okay. Ja, würde ich sagen, gehe ich zurück in meine Flasche und lasse mir das letzte Wort. Du willst nicht wissen, du kommst nicht in Ihnen. Egal, du willst tatsächlich nicht wissen. Aber ich gebe dir das letzte Wort. Gut, dann würde ich sagen, danke fürs Zuhören und, ach ja, denkt dran, Telestammtisch, Instagram, Twitter, Facebook, schieß mich tot, kriegt ja alles hin. Und wenn ihr eine Flasche findet, könnt ihr gerne dran reiben, aber nicht zu doll, denn nachher verwischt das PET-Fundetikett und ihr bekommt keine 25 Cent und das wäre ja auch doof. Bis dahin, Dankeschön. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.